Mein Name ist Joachim Fernau, einer der besten Strafverteidiger bei Nils. Ich bin Anwalt, ich bin kein Lehrer. Lassen Sie sich nicht provozieren. Tod euch ein, das stand an der Tafel. Ist doch kein Scherz. Aber ich kann doch nicht jeden Einzelnen hier unter Personenschutz stellen. Mit welcher Begründung? Es gab einen Todesfall? Da oben auf dem Dachboden, da ist das Spiel. Irgendwie eskaliert. Die Würfel, die Drohung, die schwarze Krone. Jemand will meine ganze Klasse. Die siebte Stunde, Montag, 20.15 Uhr im ZDF.